Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Das war's für heute. Die Jagd nähert sich ihrem Ende. Das Unterfangen war nicht umsonst, sondern eine Notwendigkeit, da unsere physische Form wirkungslos geworden war. Unsere Suche nach dem perfekten Exemplar und hat angetrieben durch unser eigenes Leben der Unstrengung und nun, endlich, die Abgenossen des Neulings scheitern und unser Angst wächst, während wir die Würde unserer Mann hinterfragen. Dies ist nicht dein Weg, nicht deine Bestimmung. Du benötigst unsere Führung, um diese Fähigkeit zu schaffen. Was bist du ohne uns?